Wer STO hört, der denkt vermutlich an Gelbe Eimer. Doch STO hat noch viel mehr zu bieten. Hinter dem kurzen Namen steckt ein mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Stühlingen. Mehr als 5000 Mitarbeiter in 30 Tochtergesellschaften und bei 60 Vertriebspartnern entwickeln, produzieren und vertreiben rund um den Globus umweltbewusste, hochwertige und innovative Produkte. Damit STO auch in Zukunft weiter wachsen kann, setzt das Unternehmen auf talentierte und engagierte Auszubildende. Das Besondere an meiner Ausbildung ist für mich der Mix zwischen der EDV und der körperlichen Arbeit. So ist die Arbeit sehr abwechslungsreich und macht auch immer sehr viel Spaß. Ich habe mich hauptsächlich für die Ausbildung entschieden, weil ich sehr viel Spaß daran habe, Sachen auseinanderzubauen. Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil es mir Spaß macht, Sachen zu reparieren und mit Metall zu arbeiten. STO ist einer der führenden Anbieter im Bereich Wärmedämmverbundsysteme weltweit. Das bietet Auszubildenden die Möglichkeit, international Erfahrungen zu sammeln. Mein Highlight hier bei der STO war auf jeden Fall, dass ich im Rahmen meiner Ausbildung drei Monate ins Ausland durfte und ich durfte dann drei Monate nach Spanien an die Nordküste direkt am Meer. Also in meiner Ausbildung zum Industriekaufmann bin ich ja vielseitig einsetzbar. Wir durchlaufen verschiedene Abteilungen wie das Personalwesen, die Buchhaltung oder die Marketingabteilung und dürfen dann in verschiedenen Projekten mitarbeiten. Also wir als Industriekaufleute dürfen einmal einen Monat lang in den Verkaufscenter deutschlandweit und dadurch dann Einblicke sammeln in das Arbeitsleben eines Verkaufscenters. STO bildet an 70 Standorten in Deutschland aus, sowohl im kaufmännischen wie gewerblich-technischen Bereich. Mir gefällt bei der Firma STO eigentlich am besten, dass ich nicht so einen klassischen Bürojob habe, sondern den Kontakt zum Kunden nicht nur per Telefon, sondern auch live erleben darf. Das Team gefällt mir ja sehr gut, die Leute sind sehr nett und auch wenn man auszubildet ist, wird man halt als wirklicher Mitarbeiter wahrgenommen. Von Anfang an setzt STO Vertrauen in seine Auszubildenden. Sie übernehmen bereits früh Verantwortung und werden in Theorie und Praxis an berufsspezifische Tätigkeiten herangeführt. Dabei haben die Ausbildungsleiter immer ein offenes Ohr für Fragen. Also ich mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei der Firma STO. Meine Hauptaufgaben sind LKWs B und Endladen und das Kommissionieren für Kunden. Also ich bin jetzt im dritten Lehrjahr in der Endphase. Ich werde von der Firma STO übernommen und das freut mich natürlich. Also ich mache meine Ausbildung zum Berufsgerfahrer, bin im zweiten Lehrjahr. Meine Aufgaben sind LKWB laden, Endladen, Kunden beliefern und wenn man nicht zu viel los ist, dann helfe ich dem Lager aus beim Kommissionieren. Was mir am meisten Spaß macht in meiner Ausbildung ist, dass ich einfach viel rumkomme, viel sehe. Der Kundenkontakt, den ich einfach täglich habe, dauerhaft habe und einfach im Gesamten das Fahren, was mir am allermeisten Spaß macht. Sto ist es wichtig, dass die Azubis in jährlich stattfindenden ökologischen und sozialen Azubi-Projekten einen Blick über den Tellerrand hinauswerfen können. So wurden zum Beispiel bereits im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojektes Laichnester für eine bedrohte Fischart gebaut. Somit kann sich der Fischbestand erholen und das ökologische Gleichgewicht in dem Gewässer kann wiederhergestellt werden. Sto treibt die technologische Entwicklung der Branche voran. Mehr als 160 Erfindungen sprechen für sich, sowie die Fassadenfarbe mit Lotus-Effekt, an der der Schmutz einfach abperlt. Bei meiner Ausbildung als Lacklaborant bin ich dafür zuständig, dass ich die Produkte, die bei uns verkauft werden, entwickle und verbessere. Also ich bin sehr gerne in der Entwicklung und ich finde es immer schön, Neues schaffen zu können und nachher auch zu sehen, dass es funktioniert. Also mein Ziel wäre auf jeden Fall hier bei Sto zu bleiben und wenn es gut läuft, mich einfach dann auch noch weiterentwickeln zu können. Respekt und Vertrauen spielen bei Sto eine große Rolle. Von Anfang an gehören Auszubildende und Studenten zur Unternehmensfamilie und übernehmen Verantwortung. Ich werde ständig gefordert, egal ob es die Montagearbeiten betrifft, Fertigungsarbeiten, Instandhaltungs- oder Wartungsarbeiten. Ich bin sehr froh und auch echt stolz, hier bei Sto arbeiten zu können. An der Ausbildung gefällt mir besonders gut die abwechslungsreiche Arbeit, die wir haben, das Arbeitsklima mit meinen Arbeitskollegen und mit meinem Ausbilder. Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil ich immer interessiert war an Chemie, Reaktionen, aber auch an Technik, an dem Ablauf in einer Produktion, wie alles einfach zusammenspielt. Mehr als 30.000 unterschiedliche Artikel in verschiedenen Geschäftsfeldern. Bei Sto hat Langeweile keine Chance. Die fundierte Ausbildung bietet jungen Menschen eine solide Basis für ihre berufliche Zukunft. Viele von ihnen kommen von weit her, um bei Sto zu lernen. Ursprünglich komme ich aus München, bin extra für die Ausbildung hierher gekommen. Es gibt eine Azubi-WG für Leute, die eben von etwas entfernter kommen. Man findet dadurch natürlich sehr schnell Anschluss. Wir sind verantwortlich für die Wartung und Instandhaltung unserer automatisierten Produktion. In der Ausbildung gefällt mir besonders gut, dass man lernt, Verantwortung zu übernehmen, gerade beim Arbeiten in der Produktion. Aller Anfang ist schwer. Deshalb tut Sto viel dafür, dass sich neue Mitarbeiter schnell wie zu Hause fühlen. Sto bietet den Azubis viel. Es gibt das große Azubi-Projekt, wo aktiv läuft. Dann gibt es auch im IT-Bereich kleinere Projekte. Es gibt Ausflüge, die anstehen. Es gibt die Kennenlerntage, an denen alle Azubis miteinander was unternehmen. Ich fühle mich hier bei der Sto richtig wohl und man merkt auch, dass es ein Familienunternehmen ist. Denn es ist nicht nur die Familie Sto meister, sondern auch die ganzen Mitarbeiter. Wir sind wie eine Familie und das gefällt mir richtig gut. Gemeinsam lernen und den Einstieg ins Berufsleben meistern. Die Auszubildenden und Studenten bei Sto erwartet eine abwechslungsreiche Zeit in einem renommierten Unternehmen, in der sie an Herausforderungen wachsen und dabei Freunde finden und viel Spaß haben können. Also nach meinem DH-Studium, wenn ich die drei Jahre abgeschlossen habe, hoffe ich, dass ich hier eine Stelle bekomme. Ja, Sto hat hier in der Gegend einen sehr, sehr guten Ruf und der ist hier sehr bekannt. Und ich kann den guten Ruf jetzt nur bestätigen mittlerweile. Es macht total viel Spaß. Es ist wie so eine kleine Familie. Jeder ist wie jeden da. Jeder hilft einem und es funktioniert eigentlich alles echt super. Große Familie. Große Familie.